Halten Sie die Finger von diesen zehn Lebensmitteln, wenn Sie Ihre Nieren gesund halten möchten. Wussten Sie, dass allein in den Vereinigten Staaten fast 40 Millionen Menschen an einer chronischen Nierenerkrankung leiden? Das ist eine erschütternde Zahl, die die Dringlichkeit unterstreicht, auf die Gesundheit unserer Nieren zu achten. Wir hören oft von Lebensmitteln, die sich auf unser Herz auswirken, unsere Leber und unser Magen, aber es ist Zeit, unsere Nieren ins Rampenlicht zu rücken. Diese bemerkenswerten Organe arbeiten Tag für Tag lautlos, aber sie sind nicht unbesiegbar. Eine schlechte Auswahl an Lebensmitteln kann verheerende Folgen für Sie haben und heute sind wir hier, um Licht in dieses entscheidende Thema zu bringen. Ihre Nieren sind dafür verantwortlich, ihr Blut zu filtern, Abfallstoffe auszuscheiden, regulieren den Mineralstoffhaushalt und halten den Flüssigkeitshaushalt aufrecht. Wenn Sie beeinträchtigt sind, kann dies zu einer Vielzahl gesundheitlicher Probleme führen. Die große Frage ist also, welche Lebensmittel können für Ihre ohnehin schon geschädigten Nieren schädlich sein? Nun, das werden wir heute erkunden. Wir haben sorgfältig zehn Lebensmittel ausgewählt, die Sie meiden sollten, um Ihre Nierengesundheit zu schützen. Bei diesen zehn Übeltätern handelt es sich nicht um gewöhnliche Küchengegenstände, sie sind hinterhältig. Oft sind sie kaum sichtbar und können Nierenprobleme verschlimmern bei übermäßigem Verzehr. Wir werden jeden von Ihnen im Detail besprechen. Bleiben Sie also dran, um zu sehen, ob einer Ihrer Favoriten auf der Liste steht. Aber warten Sie, das ist noch nicht alles. Neben jedem Lebensmittel werden wir auch nierenfreundliche Alternativen anbieten. Sie müssen also nicht auf Geschmack zugunsten der Gesundheit verzichten. Denken Sie daran, Wissen ist Macht. Und am Ende dieses Videos erhalten Sie die Informationen, die Sie benötigen, um Ihre Nieren gesund zu halten. Lass uns anfangen. Nummer 1. Milch Milch, ein Grundnahrungsmittel in vielen Haushalten, wird seit langem für Ihren Nährwert geschätzt. Reich an Kalzium, Proteinen und essentiellen Vitaminen, ist es ein Symbol für Gesundheit und Vitalität. Neuere Studien haben jedoch gezeigt, dass es sich um ein scheinbar harmloses Getränk handelt, das auch eine dunkle Seite hat, insbesondere wenn es um unsere Nieren geht. Schauen wir uns die möglichen Auswirkungen dieses Getränks auf die Nierengesundheit an. Unsere Nieren, unbesungene Helden des körpereigenen Filtersystems, spielen eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung eines empfindlichen Gleichgewichts zwischen Mineralien und Nährstoffen. Der hohe Gehalt an Kalzium, Phosphor und Protein in der Milch kann dieses Gleichgewicht möglicherweise stören. Dies führt im Laufe der Zeit zu Nierenproblemen. Der komplexe Tanz zwischen diesen Elementen kann für unsere Nieren zu einer gewaltigen Herausforderung werden, wenn die Musik zu intensiv wird. Obwohl Kalzium für die Knochengesundheit unerlässlich ist, kann zu viel Kalzium die Nierenfunktion beeinträchtigen. Die Nieren sind dafür verantwortlich, überschüssige Mineralien zu filtern und auszuscheiden, und zu viel Kalzium kann zur Bildung von Nierensteinen beitragen. Diese schmerzhaften Kristallbildungen sind nicht nur unangenehm, sie können jedoch auch die Nierenfunktion beeinträchtigen, wenn sie nicht kontrolliert werden. Nummer 2. Erdnussbutter Es gibt praktisch nichts Besseres als den cremigen Aufstrich auf einer Brotscheibe. Es ist lecker, vielseitig einsetzbar und viele halten es für eine gesunde Wahl. Aber wie heißt es so schön? Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Hinter dem saftigen Reiz von Erdnussbutter verbirgt sich eine ernährungsphysiologische Nuance, die unsere Aufmerksamkeit erfordert. Hoher Phosphorgehalt, zu viel Phosphor in ihrem Blut kann Anlass zur Sorge geben, insbesondere für Menschen mit schwächeren Nieren. Schwache Nieren stehen vor einer großen Herausforderung, wenn es darum geht, überschüssigen Phosphor effektiv aus dem Körper zu entfernen. Dieses scheinbar harmlose Ungleichgewicht kann eine Kettenreaktion auslösen, was zu unerwarteten gesundheitlichen Problemen führen kann. Der Bösewicht hier ist nicht die Erdnussbutter selbst, sondern vielmehr die Auswirkungen von überschüssigem Phosphor. Verstehen Sie Ihre Gesundheit und erkennen Sie Ihre Grenzen, mit denen Ihre Nieren konfrontiert sein könnten, ist der erste Schritt zu einer fundierten Lebensmittelauswahl. Nummer 3. Aprikosen Aprikosen mit ihrem köstlichen Geschmack und ihrem Reichtum an essentiellen Nährstoffen wie Vitamin A, Vitamin C und Kupfer sind zweifellos eine nahrhafte Ergänzung jeder Ernährung. Für Menschen, die der Nierengesundheit Priorität einräumen, insbesondere diejenigen, die sich Sorgen über den Kaliumspiegel machen, sind Aprikosen eine Herausforderung. Dieses Problem ist bei getrockneten Aprikosen noch ausgeprägter, deren Kaliumkonzentration deutlich höher ist, bis zu 1 g pro Unze. Daher Menschen, die eine Nierendiät befolgen und die bestrebt sind, ihre Kaliumaufnahme innerhalb der empfohlenen Tagesgrenze zu halten, ist BEI einer Dosis von 2000 mg Vorsicht geboten, vor allem in ihrer getrockneten Form. Es kann ratsam sein, sie einzuschränken oder ganz zu vermeiden, um sicherzustellen, dass der Kaliumspiegel im sicheren Bereich bleibt. Nummer 4 Tomaten Tomaten mit ihrer leuchtenden Farbe und ihrem kräftigen Geschmack sind eine vielseitige Zutat, die verschiedene Gerichte verfeinert. Ob frisch im Salat gegessen, langsam in Eintöpfen gegart oder zu einer saftigen Soße verarbeitet, Tomaten haben ihren Platz in der Küche verdient. Aber nur eine Tasse Tomatensauce kann bis zu 728 mg Kalium enthalten. Diese Menge kann einen erheblichen Einfluss auf ihre tägliche Kaliumaufnahme haben, was bei Nierenproblemen sorgfältig behandelt werden muss. Die gute Nachricht ist, dass Tomaten zwar in vielen Küchen eine häufige Zutat sind, es gibt köstliche Alternativen zu entdecken. Ob sie sich für eine kaliumarme Variante entscheiden, hängt möglicherweise letztendlich von ihren persönlichen Geschmackspräferenzen ab. Beispielsweise kann geröstete Paprikasauce ein toller Ersatz sein. Es bietet ein ebenso reichhaltiges und schmackhaftes Geschmacksprofil, was es zu einer köstlichen Wahl für Pasta, Pizza und eine ganze Reihe anderer Gerichte macht. Darüber hinaus hat es den Vorteil, weniger Kalorien zu enthalten als herkömmliche Tomatensauce. Nummer 5 – Gurken Einmachgläser haben sich ihren Platz als alltäglicher Haushaltsgegenstand verdient. Bevor sie sich jedoch vollständig auf eine rein eingelegte Diät festlegen, könnte es sinnvoll sein, die Gesundheit ihrer Nieren zu berücksichtigen. Kommen wir zunächst von Kalium zu Natrium. Die empfohlene tägliche Salzzufuhr für einen gesunden Erwachsenen liegt zwischen 1500 und 2300 Milligramm. Haben Sie sich jemals gefragt, wie viel Natrium in nur einer Gurke enthalten ist? Fast 1200 Milligramm – das sind satte 80% der empfohlenen Tagesdosis – Lebensmittel, die einer Salz- oder Beizbehandlung unterzogen werden, wie ZZB-Gurken, verarbeitete Oliven und Relish, neigen dazu, während des Konservierungsprozesses großzügig Salz zu verwenden. Dieser erhöhte Natriumgehalt kann zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen, einschließlich Bluthochdruck und Nierensteinen. Nummer 6 – Kartoffeln Normale Kartoffeln und Süßkartoffeln, obwohl sie in vielen Diäten eine beliebte und nahrhafte Wahl sind, stellen besondere Herausforderungen für Menschen dar, für die die Nierengesundheit oberste Priorität hat. Insbesondere normale Kartoffeln enthalten relativ viel Kalium. Eine mittelgroße Ofenkartoffel liefert etwa 610 Milligramm. Auch Süßkartoffeln sind zwar für ihren reichen Geschmack und ihre gesundheitlichen Vorteile bekannt, enthalten außerdem eine beträchtliche Menge Kalium oder etwa 542 Milligramm für eine ähnlich große Portion. Es gibt jedoch eine praktische Lösung, um diese Knollen nierenfreundlicher zu machen, ein Prozess, der als Auslaugen oder Einweichen bekannt ist. Nummer 7 – Dosensuppen Suppen, eine wohlige Schüssel voller Wärme und Nahrung, gelten traditionell als gesunde Wahl. Doch im modernen Zeitalter der Bequemlichkeit kann harmlose Dosensuppe eine heimliche Gefahr für die Nierengesundheit darstellen. Während Etiketten stolz mit niedrigem Natriumgehalt werben, verrät das Kleingedruckte eine andere Geschichte, das mit hohem Kaliumgehalt der geschwächte Nieren beeinträchtigen kann. Auf ihrer Suche nach gesunden Entscheidungen greifen viele zu Dosensuppen, die als Natriumarm gekennzeichnet sind, in dem Glauben, einen nahrhaften Verbündeten gefunden zu haben. Allerdings verbirgt sich unter der Fassade des reduzierten Salzgehalts eine potenzielle Bedrohung – hoher Kaliumgehalt. Für Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion kann dieser scheinbar harmlose Zusatz eine Reihe gesundheitlicher Komplikationen auslösen. Schwache Nieren stehen vor einer gewaltigen Herausforderung, um überschüssiges Kalium effektiv aus dem Blutkreislauf zu entfernen. Nummer 8 – Rotes Fleisch Rotes Fleisch, das für seinen hohen Proteingehalt bekannt ist, kann zu einem zweischneidigen Schwert werden. Überschüssiges Protein, das Ergebnis übermäßigen Genusses, belastet die Nieren übermäßig. Das ständige Filtern von Abfallstoffen beschleunigt den Rückgang der Nierenfunktion und wir verwandeln unseren kulinarischen Genuss in ein potenzielles Gesundheitsrisiko. Wenn es um die Auswahl von Lebensmitteln geht, ist Mäßigung der Schlüssel. Obwohl der Geschmack von rotem Fleisch unbestreitbar ist, ist ein achtsamer Verzehr unerlässlich. Konsultieren Sie medizinisches Fachpersonal, um die Essgewohnheiten mit der Nierengesundheit in Einklang zu bringen. Es kann fleischfressendes Vergnügen in eine bewusste Entscheidung verwandeln, das Aromen genießt, ohne das Wohlbefinden zu beeinträchtigen. Untertitelung des ZDF, 2020